Guten Abend meine Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich auf dem Neuschwarmlandtreffen. Verstehen Sie Schmidt, es gibt gute Gründe für das Neuschwarmlandtreffen. Einer der Gründe ist die Liebe, die ich von meinen Eltern empfange. Die Liebe meines Vaters Adolf und die Liebe meiner Mutter Hildegard. Ich habe das Privileg, ihr Kind, der Sohn von Adolf und Hildegard zu sein. Meine Eltern haben für Deutschland und für Europa im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Mein Vater Adolf bei der Wehrmacht, meine Mutter Hildegard bei der Luftwaffe. Ich habe viele Geschichten von der Kriegszeit von meinen Eltern gehört. Auch von der Vorkriegs-, Nachkriegs- und der Kennenlernzeit von Adolf und Hildegard. Ich habe großes Glück, solche Eltern voller Liebe zu haben. Verstehen Sie bitte. Liebe. Zum Andenken an die Liebe meiner Eltern Adolf und Hildegard mache ich das Neuschwarmlandtreffen und zur Ehrung der Generation meiner Eltern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören, Ihr Peter Schmidt.